ich habe wieder mal ein unboxing für euch in einer kooperation mit vip cross stitch habe ich schon mal was vorgestellt und ich bin jetzt selbst gespannt was da drin ist weil ich es nicht mehr weiß was ich mir da bestellt habe hallo ihr lieben kreativen in dem video habe ich auch wieder mal ein unboxing für euch und zwar wieder mit vip cross stitch da hatte ich ja schon letztes jahr was vorgestellt und diesmal weiß ich sogar gar nicht mehr was da drin war was ich mir ausgesucht habe und da schauen wir uns das jetzt einmal ankommen tut es immer in solche plastikbeutel unser schönes bild und die dazugehörige zubehör und diesmal ist es sogar extra in einem plastikbeutel weil vom letzten mal glaube ich kann mich noch erinnern da war das dann noch mit da eingerollt und der plastikbeutel war eingespart machen wir jetzt dann auch also es ist auf jeden fall ein haufen dunkelblau dabei dann haben wir hier dabei müsste ein bisschen aufpassen ist jetzt sehr eingedreht die ganzen fäden zu den bestimmten nummern dazu das ist da hinten ein bisschen dann glaube ich sogar zwei da ist eins in vier bei der dabei und der restlichen farben sind da dabei also ist jetzt die farben sand schön sortiert ist dann gar nicht einmal so viel damit sie genau wisst welche zahl ist welche farbe vom anfassen her finde ich das gar nicht vollkommen in ordnung auch vom geruch her es hat kein eigen geruch es riecht auch nicht chemisch finde ich super dann haben wir da was dabei was ich jetzt auf den ersten blick war hier ist jetzt ist so ein kleiner ball drin filzball würde ich sagen da stecken jetzt die ganzen nadeln drin also es sind schon etliche nadeln entweder gehen sie davon aus dass sie verloren gehen oder dass sie abbrechen dann haben wir hier ich glaube das ist für die finger so eine art fingerhut hier sitzt es nochmal das ist dieses kleine bellchen dann haben wir hier diesen ring den kann man verstellen also ich dass ihr das so nehmen könnt ohne dass ihr euch praktisch dicht finde ich gar nicht schlecht ist individuell anpassbar auf jeden finger dann haben wir hier so ein halter fürs garen oder trenner fürs garen und dann haben wir hier das war alles noch nicht dabei das ist ein ein helfer fürs garen einfädeln in diese nadel also hier habt ihr das kleine öhr und dann geht es hier da rein und dann können sie einfach den faden hier auf der ecke einfädeln und dann können sie es durchziehen und dann habt ihr sogar noch was so größeres drum das passt auch perfekt da rein für größeres garen und dann tut es euch leichter mit einfädeln weil die was immer bei diesen nähtäschchen dabei sind das sind so mit so einem draht die sind mir ständig rausgerissen oder ein kind hat es in der hand genommen wollen sie auch ausprobieren zieht fest an und weg ist da finde ich das sogar ideal weil es einfach nur so blech ist das können sie euch dann wieder hin biegen und dann haben wir hier dabei noch so ein nahtauftrenner wenn euch was daneben geht können sie es wieder auf trennen bin ich auch nicht mal schlecht es war jetzt das zubehör wir wollen ja auch wissen was ich bestellt habe legende ist auch dabei jetzt machen wir erstmal auch wieder schöner stück stoff oder leinen besser gesagt das ist hat halt größere sachen das ist nicht toll sehe ich jetzt gerade sitze das das ist irgendwo gelagert worden oder das textil an sich wo es eben dreckig worden ist und das drehen wir um das ist genau hier an der stelle drückt es durch das ist nicht so schön also aufpassen wenn sie es auspackt jetzt ist halt da leider schlecht zu erkennen welche farbe das ist hier sehe ich noch ein bisschen grün hier auch hier ein bisschen orange das andere ist blau das dürfte das hier ist wurscht aber hier die kleinen da muss man mal gucken was das für eine farbe ist so schlecht erkennen weil bei anderen ist es jetzt nicht so schlimm was ich halt da doof finde dass es genau hier am abschluss neu ist wenn es jetzt bestickt ist da verschwindet es natürlich aber das ist jetzt schon ärgerlich dass das so ausschaut so auf den ersten blick schaut es jetzt aus wie irgend so ein falter und vielleicht seht ihr das jetzt schon auf dem foto was das sein könnte das ist der kleine prinz und da versteht sich jetzt auch warum ich so viel dunkelblaues garn dabei habe der schaut halt da in den sternenhämmel die größe ist 60 x 45 cm und hier ist eben diese legende der schatz auch wieder so aus bei die anderen sachen müsste dann immer felder zählen und hier seht ihr ungefähr wie es ausschauen soll noch aufgedruckt und hier habt ihr dann auch wieder diese legende welche farbe ist was was bedeuten diese symbole und was ist es dann für eine farbe anhand der maßeinheiten kann man das jetzt leider nicht erkennen was das heißen soll laut dem ding ist es 17 cm wäre würde jetzt davon ausgehen 16 cm mal 40 nachschauen hat dann steht hier auch noch mal was leider bisschen schlecht gedruckt welche möglichkeiten des steckens es gibt man steht hier dann auch dort wie kann man es denn jetzt reinigen und am besten dann auch bügeln und es gibt natürlich verschiedene sachen ich weiß es gerade nicht das ist jetzt das mit 11 ct das habe ich glaube ich schon mal erklärt und 11 cd heißt fc ist jetzt schlecht zu erkennen ihr nehmt dann einfach nur drei stränge bei 14 sonst zwei stränge weil ihr seht ja auch hier hier sind verschiedene streng und ihr braucht nicht den ganzen dicken faden hier sondern ihr holt euch bloß die einzelnen stränge raus und die fädelt ihr dann ein und dann reicht das vollkommen für das ganze bild das einzige was ich jetzt vermisse ist da irgendwie wie soll man es am schluss verbinden wenn man jetzt verschiedene farben hat da ist ja steht ja am schluss alles drauf also ich denke mal das wird dann auch jeder farben einzeln irgendwie verknotet und dann hinten zusammen genäht mit der zeit und dann steht halt immer dort man soll da wurde es hier gefaltet ist das ist anscheinend center point und da sagen wir den ersten switch setzen ja damit werde ich mich dann noch etwas näher beschäftigen ich bin jedenfalls gespannt ob das dann das raus kommt am schluss das war jetzt mein video wenn sie wollen können sie auch in den shop reinschauen und vielleicht auch eine bestellung abgeben weil ich habe jetzt für euch wieder so fünf prozent das blende ich euch ein bzw ich schreibe es dann euch auch in die video beschreibung ich freue mich auf jeden fall auf euch wenn sie wieder in einem von meinen nächsten videos reinschaut bis demnächst eure petra